Wenn man Kunst studiert, dann hat man auf alle Fälle ein Leben vor sich, nach dem Studium, was ganz stark im Zusammenhang zu denken ist mit der globalen Vernetzung der Ästhetiken im Moment. Also das hat sich auch sehr verändert in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, ist die Kunst, wie wir das auch auf den Ausstellungen sehen oder in den Biennalen oder in der Documenta hier in Kassel, eben keine länderbezogene Bewegung, sondern eben als globales System zu verstehen. Das bedeutet, dass man, wenn man diesen Beruf als Künstler, falls man den als Beruf bezeichnen kann, wählt, dann hat man auf alle Fälle einen großen Einblick in die verschiedenen Bewegungen und man sollte sich auch dafür begeistern. Und diese Kategorie Künstler ist keine Berufsbezeichnung, wie jetzt vielleicht Architekt oder Schauspieler, die sich so klar definieren lässt, sondern sie hat eben was ganz wenig Festgeschriebenes. Das heißt, wir in dem Zusammenhang mit Kunst entwickeln auch immer Entwürfe, wie Künstler in der heutigen Zeit zur Gesellschaft zurücksprechen können. Das klingt zwar kompliziert, ist aber eigentlich eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil sie eben einen auch nicht festlegt auf bestimmte Rollen, beziehungsweise das Künstlerklischee des 19. Jahrhunderts oder des Genies, glauben wir zumindest überwunden zu haben zugunsten einer aktiven Auseinandersetzung mit der Welt der Kunst, die im Alltag und in dem direkten Erleben der Gesellschaft und im Austausch stattfindet. Und das ist eben sehr besonders. Und vielleicht ein dritter Grund kann auch für Kunst sprechen, dass es nicht so stark den konventionellen, kommerziellen, ökonomischen Zwängen eingeschrieben ist. Es ist auch nicht berührt davon, aber es sollte vielleicht auch immer dafür gekämpft werden, dass nicht rein kommerzielle Interessen, wie wir das zum Beispiel in Popkulturen irgendwie kennen, den Grund der Auseinandersetzung liefert. Das ist selten im Moment, glaube ich. Und das ist auch was ganz Wichtiges, weil das Freiräume oder Lücken auch bedeutet. Und das ist für mich sehr wertvoll, sich in dem Zusammenhang der Kunst zu widmen.